Ich kann es kaum erwarten, weiter zu spielen. Wir sind gerade abgestürzt von dort oben, wo unsere Kamera, hier sind irgendwelche Kugeln, uns entgegengekommen. Und wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg lang. Und ich hoffe so, dass das wird jetzt so richtig epic. Uuuuh. Wie gruselig. Wow. Hä? Ach, jetzt... Ah. Oh, ein kaputtener Block. Ein kaputtener Block. Ein zerbrochener Block, würde ich sagen. Ein kaputtener Block, Alter. Ich rede auch einen Scheiß hier. Was sind überall Kugeln? Was sind diese Kugeln? Joa, erst ganz langsam und dann ganz schnell. Das sind also diese blauen Dinge. Okay. Ich rede auch. Das ist nur so wichtig. Okay. Wow. Ruhig, Brauner. Die Dinger sind, glaube ich, etwas zu. Stark. Für mich. Alter. Stark. 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 Und jetzt pendelst du so doll? Wie jetzt? Wollt schon sagen. Das war mir jetzt voll das Rätsel, dass das nicht anging. Aber die Dinger funktionieren noch. Wow. Jetzt habe ich mich voll erschrocken. Schocken. Die Dinger machen mir Angst. Hilfe? Muss ich hier überhaupt durch? Ja, ich muss hier weiter. Alter, habe ich mich gerade erschrocken bei den zwei blauen Dingern. Das war die Dinger mindestens. Das ist ja auch schon. Brainfog Brainfog Okay Eigentlich ist das alles noch simpel Noch ist es simpel Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, ich glaube, ich habe da Fehler geendet. 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 So. Dann halt so. Dann halt so. Oh, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Okay. Okay, ich weiß, wie es geht. So. 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 Also muss ich den Feuer umleiten, das heißt irgendwie so. Also muss ich den Feuer umleiten. Also muss ich den Feuer umleiten. Ich habe schon mal kaum geredet, aber Überlegungseffekt. Verdammt. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich freue mich, dass ihr jetzt zuseht und immer noch dabei seid. Auch wenn ich wenig rede, aber vielleicht könnt ihr es als Walkthrough in Bewegung ziehen. Jedenfalls ist es ein bisschen schwer zu verstehen hier das Ganze mit den Dingern, mit den Blöcken oder Stäben, wie man es auch nennen mag. Und ja, dann verabschiede ich mich hiermit und bis in den Part 6 ist das dann glaube ich schon. Wow, okay, tschüss.